Welchem Tier seist du ehrlich? Oh, das war der Feideli. Alles ist gut. Die Mobiliar hat die Kampagne Jugendwelt geplant, die von ihrer Leidagentur konzipiert und entworfen wurde. Die Kampagne soll spezifische Produkte an eine jüngere Zielgruppe vermarkten. Und wir haben den Auftrag bekommen, die Kampagne für alle Printmedien sowie mit allen Bildinhalt zum Fliegen zu bringen. Machen wir gleich zack zack. Die grosse Herausforderung war, den Renngzeitplan von drei Monaten einzuhalten, bis die Kampagne live geht. Du nicht grinsen, Linda, bitte. Wir haben dabei eine breite Leistungspalette einsetzt, um diese Kampagne erfolgreich zu lancieren. Beratung, Publishingdaten und Prozesse, Organisation der Personalressourcen, Projektleitung, Desktop Publishing, Bildbearbeitung, Gestaltungskonzeption, Kreation, Sprachdienstleistungen. Was habt ihr jetzt einmal vorbereitet? Ich denke, das Highlight war sicher vor allem am Schluss, wo wir wirklich gemeinsam mit der Mobiliar sagen konnten, die ganze Sache, die wir jetzt hier auf die Beine gestellt haben, funktioniert. Der grosse Nutzen für die Mobiliar ist, dass wir weiterhin für sie das gesamte Desktop Publishing für die Kampagne-Jugendwelt gewährleisten und umsetzen können. Das ist gut.